Wir haben jetzt im Augenblick, wenn man das hier zeigen darf, zeigen kann, diesen Grenzzaun zwischen der Türkei und Griechenland. Man sieht hier, Einsatzkräfte der Griechen immer wieder werden jetzt auch von der anderen Seite Rauchgranaten rübergeschossen. Die Migranten versuchen diesen Zaun zu überwinden. Durchbruchsversuche. Ich hoffe, man kann das gut sehen jetzt hier mit den Bildern, die wir live überspielen. Ja, heute Morgen hatten wir noch Zweifel, ob es jetzt tatsächlich vielleicht sogar schon vorbei ist mit dieser aktuellen Flüchtlingskrise oder ob es die Ruhe vor dem nächsten Ansturm war. Und ich glaube, jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass es hier in keinster Weise vorbei ist, sondern es war tatsächlich die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Und ja, diese Bilder sprechen ihre eigene Sprache. Und ich denke, dass man da gar nicht mehr so viel dazu sagen kann im Augenblick. Woher jetzt die Aggression kommt, ist auch für uns jetzt schwierig einzusehen. Wir kommen nicht direkt an den Zaun heran. Deswegen haben wir ja auch eine gewisse Entfernung, vielleicht zu 500, 600 Meter. Ja, und... Christoph, Christoph, vielleicht doch eine Frage hier aus Berlin. Ich denke, dass ich hier die nächsten Tage über weiterhin Probleme haben werde. Ja, aus dem Studio. Fakt natürlich ist, dass die Situation sich immer weiter aufschaukelt. Von wie viel hundert Menschen, tausend Menschen möglicherweise sprechen wir denn? Die versuchen jetzt an dem Punkt, an dem du dich befindest, quasi die Grenzanlagen zu überwinden. Und letztendlich ist ja auch eine Frage, was wird da eigentlich verhandelt momentan zwischen der Türkei? Und diese Gespräche gibt es ja und der Europäischen Union. Also die griechischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie innerhalb der letzten drei Tage 26.500 illegale Grenzübertritte verhindert haben. Sie haben circa 250 Personen, Menschen, die die Grenze tatsächlich überschritten haben, wohl festgenommen. Und mit wie vielen Migranten wir es jetzt im Augenblick hier an der Grenze zu tun haben, ist schwer einzuschätzen. Ich denke mal, das sind einige Tausend jenseits dieses Grenzzaunes. Aber wie gesagt, genaue Zahlen, Thomas, hat im Augenblick keiner. Ich denke, dass hinter den Kulissen verhandelt wird zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und Regierungs- und Staatschefs der Europäischen Union, um eine Lösung zu finden. Hier in Griechenland heißt es immer wieder, dass Erdogan Geld will, um die Grenze wieder zu schließen. Die Türkei befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise, hat eine kostspielige Militäroperation in Syrien begonnen, in der Provinz Idlib. Die circa 3,6 Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sich befinden, kosten auch alle extrem viel Geld. Und so ist hier der Verdacht in Griechenland, dass man Erdogan eigentlich nur genug Geld geben muss, damit er sozusagen die Flüchtlinge daran hindert, jetzt in das Gebiet der EU einzudringen. Das ist so die vorherrschende Meinung hier in Griechenland. Thomas? Oder auch Lena in dem Fall. Christoph, wir sehen hier viele Migranten, die jetzt gerade auch vom Zaun wieder weggerannt sind. Du hast gesagt, es ist die Frage auch, Erdogan will Geld. Geld gibt es ja jetzt nicht für Erdogan, aber für Griechenland. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen war jetzt gerade erst an der Grenze. Werden diese Hilfsmittel und auch die Aufstockung bei Frontex, werden die dem tatsächlich gerecht? Kann das reichen, um die Situation für Griechenland zu entspannen? Weil wenn wir an die Lage davor schon denken, vor der Grenzöffnung, an die Lager in Lesbos oder Kors, da waren ja schon dramatische Zustände. Ja, das ist richtig. Wir haben es hier, ich möchte nochmal aus dem Bild gehen, damit man die Lage hier verfolgen kann, währenddessen ich versuche, auf deine Frage zu antworten. Frau von der Leyen hat gestern hier an der Grenze den griechischen Behörden eine Zusage gemacht, dass man von Seiten der Europäischen Union 700 Millionen Euro bereitstellen will, um Griechenland jetzt hier bei dieser aktuellen Krise zu unterstützen. Darüber hinaus hat Frau von der Leyen auch zugesichert, dass mehr Grenzschützer kommen. Also man hat da von zusätzlichen Beamten gesprochen, wohl auch Schiffe, Hubschrauber, Fahrzeuge. Und das Ganze wird dann über Frontex, diese Europäische Grenzschutzagentur, organisiert. All das sind Zusagen. Griechenland fühlt sich jetzt auch durch dieses Treffen gestern hier mit Frau von der Leyen bestärkt. Griechenland hat Rückendeckung bekommen und deswegen glaube ich auch, dass hier die griechischen Sicherheitskräfte weiterhin alles tun werden, um eben auch diese Grenze zur Türkei zu schützen. Die Menschen hier sagen immer wieder, wir sind gastfreundliche Menschen, wir haben nichts gegen diese Migranten, nichts gegen die Flüchtlinge, aber da in der Türkei sind 3,6 Millionen Menschen und wir haben einfach nicht die Kapazitäten, um diese Migranten aufzunehmen. Und Europa hat nicht diese Kapazitäten und deswegen müssen wir hier die Grenze schützen. Das ist die einhellige Meinung hier im Grenzgebiet und ich habe den Eindruck, wir waren ja unlängst auch in Lesbos, dass das auf der griechischen Insel genauso gesehen wird. Lesbos ist ja genau dieser Hotspot auch in der Ägäis, der von den Flüchtlingen immer wieder auch angefahren wird mit Schlauchbooten, wo es auch immer wieder Tumulte gegeben hat in der letzten Zeit. Und auf Lesbos ist ja auch dieses große Flüchtlingslager Moria, das total überfüllt ist. Wir konnten uns davon auch einen Eindruck machen in den letzten Tagen, wir waren dort am Wochenende, über 20.000 Menschen, katastrophale Bedingungen für die Flüchtlinge. Und man hat ja auch gesehen, wie die Bevölkerung von Lesbos zum Teil reagiert. Das sind ja dann Anfeindungen auch gegenüber Mitarbeitern von Hilfsorganisationen gewesen. Sie haben Reporter angegriffen, vor allem dann auch rechtsextremistische Personen. Also eine sehr aufgeheizte Stimmung, wie ich den Eindruck habe, griechenlandweit. Und es will einfach hier verhindert werden, dass es eine Wiederholung des Jahres 2015 geht, im Sommer in der Hochzeit der damaligen Flüchtlingskrise.